Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei GTA Online. Wir haben mal ein Rennen rausgesucht, beziehungsweise das Rennen ist schon bei mir sehr sehr lange drin markiert. Es verstaubt schon fast. Aber ich bin hier nicht alleine, ich bin hier mit Kasa Urik aka Jonas. Hallo. Den lieben Daniel XX. Sehr gut. XX steht bestimmt für den Salomaso-Fetisch. Ich liebe Lifestyle. Vier steht für Lifestyle, ja. Und dem Anonymus aka André. Moin moin. Wie der wieder übertreiben muss, der kleine Monte-Fanboy, alter. Nein, Spaß. Es ist ein Rennen, wo wir uns bestimmt aufregen können. Kann man bitte jemand von euch versuchen, den Untertitel vorzulesen, was da so steht? Ok. Ich bin hier um Rennen von Network Lzufl知, es geht um den Weg zu departments. Was hat denn verändert wird, wenn es geht, sind weil ich erstmal die Kapi, weil ich stylistisch beim 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 auto ist einfach in der luft meint auch manchmal mitten in der stange drin bitte wiederhol das mal wird noch mal ich mache ich mache ich mache aber kann gar nicht nur ich mache ich foto durch facebook doch kann man doch jetzt mache ich mit der xf steht nämlich auch mal nix wenn man muss einfach lange scherber drückt halt ja bis halt irgendwas aufgeploppt so ich trinke mal ein erfrischungsgetränk das mit etwas mit ja keine ahnung der kralle zu tun hat ich weiß nicht wie es heißt schleichwerbung product placement confirmed sage ich dir gleich ok mädels das ist schön zur seite geschoben das macht man nicht in einem rennen doch das ist doch kacke jetzt wird schon wieder netze der wo kann man sich schön aufregen ach so ich habe auch eben gesagt guckt man nach links kann natürlich jetzt auch ich fliege erst mal ist total weit nein ich kann den checkpoint aber so leicht erwischen ohne looping machen zu müssen glaube ich ich habe ihn geschafft aber ich lande irgendwo und hab selbst das war frei was alter ich krieg da einfach drauf ja jeder schafft es außer ich bpu what the fuck ich spawned in Luft und falle ich habe ihn aufbekommen ihr kleinen schummler weißt du ich sag nie wieder tipps und tricks ohne witz ich sag euch einfach keine tipps mehr ich krieg dich mit deinem entity mit den titel reingeholt hallo tim schön dass du auch mal rein joinst spaß ich kann doch wieder gehen ey nein wir sind gerade nur in der aufnahme ach wo bist du in der aufnahme was hast du überlebt wie geht's denn wo hast du gesagt wir spielen ein rennen und sind gerade in der aufnahme schön ja das willst du aber nicht und ich kann doch ich nur weil er jetzt verliert oder was nur weil du verpennt hast gerade deswegen weil du das verpennt hast nein weil ihr mir nicht bescheid gesagt habt hä ich ich denke mal ein warte sag ich dir später soll sie doch signalisieren dass das rennen jeden moment los geht dann ist es nicht meine schuld also tut mir leid wie schnell bist du mit deinem entity immer so hättest der ist schneller als der z wow vielleicht liegt es auch in meinen vorkünsten ich hänge tobi ja dass du hängst wusste schon immer wo ich erst bin man ich warte auf deine fahrfehler tobi keine angst wenn man mit einer kommen ich try harder jetzt so hart alter wie ein cod du wie ein cod das ist aber so richtig unnötig das äh das ist einfach unnötig kompliziert gemacht gell nein ich hätte meine checkpoint bekommen das ist so unnötig kompliziert gemacht einfach diese gas tanks dahin zu stellen damit man ja nicht zu schnell draufkommt andre ist auf dem ersten platz pisser jo man spawnt hier einfach neben der strecke und fällt kopfüber runter auch gut gedacht nein nur du spawnt so ich spawne immer perfekt auf vier rädern also zwar in der luft aber perfekt lande ich mit vier rädern fahr du mal weiter fahr mal nebeneinander das war jetzt gefickt gefickt das war jetzt gefickt alles klar haut du erstmal voll den falschen satzbau raus juck dir nicht ich muss mich immer dran gewöhnen mehr mit diesem dreieck zu arbeiten mehr auf der strecke zu respawn weißt du hat er so ein dreieck vor sich liegen weißt du hat er so gezeichnet und dann schmeißt er das dreieckige ganze zeit auf den controller drauf und sagt dann so ich arbeite gerade mehr mit dem dreieck oder mit dem geodreieck alter da er bringt sich selbst so macht Spaß Daniel Boah ey Anonymous hängt mir so hart im Arsch am Arsch der will ja gleich Klorreinigung machen der will mir aussaugen aussaugen oh man Runde 3 von 3 nein nein ich guck einmal auf den chat und fall fahr voll dran vorbei aber André freut dich nicht zu früh gell man sieht sich noch am Looping schnucki wie viele Runden gibt es denn? 3 3 oh fuck ich bin jetzt schon bei 3 5,45 ey nur weil André also ich möchte ja nie die Schuld von mir wegschieben aber diesmal möchte ich es einfach aus dem Grund weil André diese scheiß Ampel kaputt gemacht hat und die genau auf mich drauf gefallen ist und dann wird das Auto einfach so unendlich schwer ey wie er wieder schummelt nö mach ich genauso mit ja wir machen ja die ganze Zeit so ich schaffs sonst nicht ja weil einfach so ja weil einfach so als ob der Entity so schnell ist als fucking ob selbst der Ada war damals immer schneller als der du hackst doch aaaaaaah kein Selbstbord und oh kein Selbstbord wie geil ja komm ich bin immer noch dritte also das war mal nicht ich bin jetzt gerade bei Runde 3 von 3 fuck ich hab den Jackman nicht bekommen pfff hehehe was wie so ein kleines Kind ist einfach so ins Mikro so pfff pfff geiles Jackman ich hab eh 5000 auf dich gesetzt ich hab auch 1700 auf mich gesetzt weil ich nicht mehr Kleingeld hatte der Rest ist alles auf der Bank von 9 Millionen 9,6 Millionen ich hab eineinhalb Millionen auf Tobi gesetzt 1500 meins zu juck die Augenbraue alter mir juck die Augenbraue was macht die Augenbraue jetzt tue die grad Samba tanzen oder wat tanze Samba mit mir Samba Samba die ganze Nacht gewonnen ihr Pisser 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 so ich trinke jetzt wieder von meinem deliziösen Erfrischungsgetränk mit der Kralle drauf das äh mit dem Tee und Lemon gell das ist so nice riech grad nach Ende Rennens komm ich weiter also ich glaub ich warte Deine falsch fahrt Shopping fahrt Shopping vor allem Deine Pferd Shop ja gegen die Hauswand genau 3 Sekunden 2 da guck mal da vorne waren da vorne da vorne das letzte Renn Daniel da vorne war ein Baum wieso hast du das nicht einfach wie äh wie hieß der Schauspieler nochmal da war das Spass 240 nice so ja wie schick ich denn jetzt Greenfield sag mal ähm du gehst auf die Party drauf dann drückst du Option und dann Nachrichten alle senden Party Aktion noch mal dann gehst du auf die Büroklammer nein wir machen mal ein anderes markiert das oder random aber auch so hab ich markiert ne ob wir markiert das machen sollen ja cooles Rennen gut dann machen wir noch das Rennen und dann ist es wieder fertig für die heutige Folge äh ist es wieder fertig ey aber heute verspreche ich mich total sau auf ja haben wir ja komm Punkt zu Punkt Punkt zu Punkt geht her damit ich mich ja wieder aufregen kann das ist alles selber Autonähe dann kommst du mich nur auf die Fahrkunst an soll ich mal letzten Platz eliminieren anmachen nein nein das wäre so nice doch 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 komm 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 dass der Spaß muss sein 30 Sekunden mache ich sogar was essen hier ist es gibt eis man was 30 Sekunden Digga lass es lieber doch lass doch noch mal an ja komm wir machen gerade ich hab's angelegten alles selber Auto ja komm ihr habt alles beste Auto ja komm ihr habt alles beste Auto ja alles beste Auto ey besser ist so wie ich was nehmt die für ein Auto Jungs ich setz mal 10.000 auf mich ich nehmt die für ein Auto Jungs ich setz mal 10.000 auf mich Übrigens, dadurch kann man auch ganz schön gut Kohle machen, gell? Indem man auf Spieler setzt. Und sie gewinnen lässt dann. Da ich die Strecke kenne, habe ich mal nicht den T20 genommen. Um das euch schon mal ehrlich zu sagen. Selbst wenn ich es verliere, ist mir egal. Ey, was habt ihr mit euren Entities, Alter? 3, 2, 1. Ja klar, ich kriege natürlich nicht den Turbostart. Schöner. Nice. Der ist schon mal ausgeschaltet. Ey, hör auf mich zu wecken. Ey, rammen, nicht rammen, gell? Mann, das dauert die Scheiße so lange, die dreckigen Wien ist viel, Alter. Du musst X drücken. Dann respawnst du schneller. Nein, das wird nicht angezeigt, das kann man nicht. Doch, kann man. Was? Ich explodiere, was? Ich bin nicht letzter, Mann. Was soll die Scheiße? Oh, zwei von dritter. Halt, die Fresse, halt. Ich bin nicht letzter. Kasa, warte. Oh, Arsch. Was regt ihr euch auf, bitteschön, Alter? Das ist doch ein cooles Rennen. Ja, klar, Mann. Ich explodiere. 3, 2, 1. Was? Nur noch 1 von 2. 13 Sekunden noch. 10, 9, 8, 7, 6. Kannst du nicht 10? 10 Sekunden schon. Das ist Asynchron, Digga. Ich steig aus. Gewonnen. Du bist der Erste. Das ging jetzt schnell. Ich hätte vielleicht eine Minute machen sollen. Gut. Dann würde ich mal sagen, war es das für die Heute-Folge? Für die Heute-Folge, ey. Für die Heute-G. Und mal gucken. Weil keiner gewettet hat, habe ich keinen Wetteinsatz wieder zurückbekommen. Mir sitzt. Ich habe auf dich gewettet. Ich habe auf dich gewettet, ey. Du musst auch X drücken, um das zu beschäftigen. Ich hätte versteht, ja, ja. Da war der Kauter abgelaufen. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei den Jungs. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play.